hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich wollte euch einfach mal meinen server vorstellen er unseren von diesem kanal hier von meinem bruder und von einem freund ja fangen wir direkt mal an hier ist dann halt einfach der spawn also ich hier werdet ihr wahrscheinlich nicht hinkommen hier werden halt die bilder also die group bilder hingemacht wenn ihr in die group bilder wollt dann müsst ihr einfach bescheid sagen könnt ihr kommt ihr da rein dann könnt ihr auch noch in die free bild und einmal in die city bild aber erstmal seid ihr in der default hier könnt ihr dann in city bild einfach durch die portale dann haben wir jetzt 1 2 und 3 ich renne mal lieber ich gehe jetzt nicht durchs tor ich kann euch jetzt zeigen wo ihr gespawnt werdet ich habe da für mich ein warping gesetzt so ja ihr werdet eigentlich so hier irgendwo gespawnt dann steht hier noch mal ein bisschen wir haben eine pvp arena da steht ja alles und eine mob arena aber ich in eine payball arena aber erstmal wollte ich euch das hier zeigen ihr könnt dann wenn ihr admin fragen habt einfach slash hier dieses eingeben mod oder und dann die abschneid die nachricht okay dann geht er einfach hier durch hrn games 1 also durch das toller einfach hier so dann kommt ihr hier dann ist hier die arena macht der verrechtsklick auf das schild und dann seit den arena dann steht da halt wie viele in arena schon drin sind ich weiß nicht ob jeder von euch die kennt wenn man ja ich muss erst mal zu diesem barb wieder weil ich bin jetzt schon in der nächsten arena das wollte ich eigentlich noch zeigen so wenn wir dann 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 durch die in die zweite gehen regnet jetzt zwar ich war mal eben noch mal eben raus und ich mache mal im tag so es nervt das ja hier wird dann in der zweiten arena wird die erste und die zweite arena hat angezeigt auf die zweite macht rechtsklick und dann seid ihr auch hier müsste eigentlich jeder kennt und wenn man es gelieft einem macht kommt man jetzt schon hier in die dritte darf wollte ich auch noch zeigen hier sind alle arenen sg 1 2 und 33 einfach mal join ja irgendwie nur ein kleiner fehler so dann ist hier die arena wieder so ja wenn jetzt sg join macht dann kommt ihr immer hierhin hier ist auch irgendwie am meisten mal los hier könnt ihr auch aus der lobby könnte auch zu allen arenen gelangen gut ja so viel gibt eigentlich nicht mehr so viel zu zeigen ich kann noch mal sehen wer die ganzen maps gemacht hat wer reide also war reide den der ist ein youtuber und ich finde den eigentlich ziemlich cool ich habe noch abonniert ich habe ich finde das einfach gute maps gemacht hier die sachen games maps alle drei sind von ihm ja okay ihr könnt ja dann gerne auf dem server kommen ich freue mich okay ciao leute wir sehen uns dann auf dem server